Ach, der Meinhardt ist immer noch bei dir, Siegfried, ja? Naja, warum denn nicht? Ich meine, was sollst du denn da alleine rumrücksen? Ist doch völlig in Ordnung. Was soll den Meinhardt da sein bei dir, wenn der da sein will? Wenn ihr euch da zusammen eingerichtet habt und zusammen arbeitet, ist es doch gut, Siegfried. Ja. Ja, ich wollte irgendwas sagen, ich sehe aus wie die Gitti, finde ich. Mit den Haaren, mit den Löckchen und der Brille. Und wenn die Leute lange verheiratet sind, die werden sich optisch immer ähnlicher, Siegfried. Als der Ralle clean war, sind wir immer spazieren gegangen und da war so eine Frau mit Mops, da hat der immer gesagt, der Mops sieht aus wie die Frau. Beziehungsweise die Frau sah aus wie ihr Mops. Das ist witzig, ja? Ja. Als wenn die sich ähnlich sehen, dann ist es bei mir und Gitti auch.